Hallo und herzlich willkommen zu Santiago's Adventskalender. Ich bin Dietmar Wunder und ihr kennt mich unter anderem als deutsche Stimme von Daniel Craig, Adam Sandler, Sam Rockwell oder auch Don Schiedl und vielen mehr. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und ich bin jetzt sehr gespannt, was sich hinter dem heutigen Türchen befindet. Alles Gute und frohe Weihnachten. Ich sage nur eine wunderschöne Bitte Nacht. Hä? Gerührt oder geschüttelt? Entschuldige bitte, das ist mein Text. Oh, Alpengrützer. Hallo liebe Fans, ja, da bin ich wieder und wir schauen uns wieder gemeinsam ein neues Video an und ich werde dann etwas dazu sagen. Heute ist es, Spongebob reagiert auf Spongeboss. Spongeboss Gunshot Straight aus dem Bikini-Ghetto, du Schwanzlutscher Jetzt mal ohne übertriebenes Panzerwurst gelabert, du Hohenzohn Deine Mutter saugt und ich paff im Chef, Sessel, Zigarren, nascht der Bitch ins Maul, wälzt mich in Gelb, Säcken und Barren. Komm mit Hells Angels, members, zu deinem Rap-Battle mit Knarren. Rocker schlagen dich kaputt, so wie Death-Metal-Gitarren. Es ist der Gangster-Schwamm-Kopf, ich bin Killer wie Razor, war doch. Bitch, ich wickse den Pillermann, geh bitte nach deiner Lesbischen-Schwester, come shot. Ey, die letzte Hoffnung im Game, gebe den Glock-Schutz ins Brain und wenn du möchtest, kein Jogger, dann noch muckst ne Kopfnuss wie Bane. Was, Killer-Ghetto, du Penner, hä? Komm mal nach Bikini-Bottom, der really big Boss zieht seine Glock, pep-pep. Und er schießt die Fotzen, du bist ein Putzlappen, wie alte Handtücher. Deine Mama will gebankt werden, schwamm drüber. In die Küche lappen, sonst werd ich zum Massenmörder. Ey, yo, Julian, du Knecht, mach mir Krabbenburger. Der G, der Gunshot schießt, ich ticke dicke Packs, Plankton-Weed. Was willst du, Mädchen, hä? Tampon-Beef, hä hä, du Hurensohn. Dein Lava, deiner Musa, du bist einer von den jammelichen Schwächlingen, die nach Hyperhieden zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos, du zappelig, Alapin, hast du Bienen im Hosen geschnallt. Wirke deine Bannabe-Rap-Analytik, Motherfucker, du weißt gerne Double-Time-Alabas, aber generell im Anumil in deinen Zeilen komm, ich zeige dir, wie man die Sippen in den Beat, so wie man Schienenpistolen knallt. Boss in der Haus, Potzen gebaut, du gehst seit Wochen nicht raus. Guck mal, der gelbe Schwarmbieter zu halten, kurz einmal dir die Knochen zu staub, du trottiger Lauch. Ich komm mit Haftbefehl zu deinem Battle-Turnier, ich soll dir die hässliche Fresse polieren, dann könnt ich den Abblick ertragen, auch nee, dafür müsst ich sie wegtätowieren. Der Jacuzzi ist am Saufen, ich lasse die Groupie-Schwanz saugen, die Nutze fragt, ey, oh, was geht dich da? Abhängst du wie Juliens Matsch-Auge, voll auf in der Kamera, hetero, doch függelst dann ins Geheim, so wie Barney mit Jungs. Analyse? Was ist das für Quatsch? Heißt das, du kriegst jetzt ne Darmspiegelung? Hehehehe! Analyse! Ich geb dem YouTube-Spinner Schläge, in der rechten Hand, dein Kampong legt das Blut deiner Regeln. Analyse! Ich kill YouTube-Lappen locker mit beim Freestyle-Flow, um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran, Bro. Analyse! Wurch, wenn ich um Drogen verhandel, ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse! Geh mal kacken mit deinem schwarzen Humor, gib mal lieber den Bikini-Bottom-Paten-Support. Hehehe! Analyse! Bitch, gib dem YouTube-Spinner Schläge, in der rechten Hand, dein Kampong legt das Blut deiner Regeln. Analyse! Ich kill YouTube-Lappen locker mit beim Freestyle-Flow, um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran, Bro. Analyse! Wurch, wenn ich um Drogen verhandel, ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse! Geh mal kacken mit deinem schwarzen Humor, gib mal lieber den Bikini-Bottom-Paten-Support. Hehehe! Hallo Spongeboss, kannst du bitte noch mal schnell rappen? He! Ah! Nee! Okay, ja, also das ist auf jeden Fall sehr gut und professionell gemacht. Mein privater Musikgeschmack ist das nicht unbedingt. Aber der hat seine Fangemeinde, ist erfolgreich. Und von daher hat er seine Berechtigung. Und ich sage, ja, Chapeau! Tschüss! T watershért! Dasrating! Ferrarat! Suez Uhmlas Mна Fool我說? seat? Vielen Dank.